Hallo ihr Lieben, hier ist es, mein Buch. 150 Seiten durchgeschrieben innerhalb von 8 Wochen und das soll jetzt auf die Reise. Und dafür brauche ich eure Unterstützung. Collage meines Lebens, Lebenscollage, ein Buch voller Möglichkeiten, irgendwie so in der Richtung soll das Buch heißen. Ja, und das habe ich einfach so niedergeschrieben. Und es ist ein Traum, der da in Erfüllung geht. Und jetzt habe ich einen Verlag gefunden, der das verlegen möchte und dafür brauche ich ein bisschen Unterstützung. Also ich freue mich, wenn das Buch auf die Reise geht und sage nur, danke für eure Unterstützung und danke für alle, die an mich geglaubt haben, die mich da unterstützt haben. Und ja, ich bin ganz gerührt. Also, vielen Dank!